Halli, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Ultimate Chicken Horse zusammen mit Zombie Hi Und Wintercracker Hallo Zombie ist das Chameleon, Wintercracker ist der Waschbär Und welches Level wollen wir denn heute spielen? Wir haben dazu schon mal ein Video gemacht, wo ich es ein bisschen erklärt habe Und... Ja Da waren wir in der... Ich bin in die Metallfabrik In die Metallfabrik In die Metallfabrik, da habe ich aber letztes Mal gemeint, da gehe ich nicht hin Gott, ich breche ich mein Wort Ja, hast du Ohohoho Und zu spät Ok, ich nehme meinen Propeller Weil ich die Dinger hasse Wo starten wir? Oh Gott, das ist complicated WTF? What's the... Impossible... What's the effect? Jetzt schon Ja, aber klebt die Treppe da fest Ja Geht das? Ist ja ultra cool, wenn die so... Ja, ja Ach, das bewegt sich? Hier ist das so eine Metallfabrik, Maudado Ach so, haaa Ich weiß, das war Fahrstuhl Hä, heißt man kann hier einfach... Hä, bei mir... Bei mir klebt die da nicht, Leute Hä? Hä? Ich weiß nicht, was ihr da macht, aber ihr habt gerade in der Luft geschwebt bei mir Nein, nein, da klebt ne Treppe Ach, da oben auf dem bewegenden Block ist... Oh Gott Tschüss Ja, gucken, ob ich es schaffe Cool, wenn jetzt Winterkaker gewinnt, weil wir halt tot sind Ne, ne, wir haben ja schon gewunken Zu einfach, keine Punkte Ach, ok, gut, gut, dann... Müssen wir quasi im Kreis hier immer mal wieder Sachen platzieren Oh, wie cool ist das denn? Ja, warum kann ich grad nicht bauen? Da ist das denn? Du hast schon, oder... Oh, ich hab versehentlich A gedrückt scheinbar, direkt am Anfang Also das ist zu schwer, Maudado Ich glaub auch Hallo, nein, ich wills drehen, so Bewegt sich die Siege jetzt mit? Ah, jetzt bewegt sich die Treppe bei mir mit davor Weil der einfach in der Luft Ja, das dreht sich ja mit, haha Ja, guck mal Da bin ich immer gespannt auf deine Aufnahme, oder? Oh Gott Oh, bei mir hast du's auch schon berührt, das ist nicht ganz gut gesüngt Mit der Cracker hat letztes Mal auch gehackt, ich hab bei Zombie gehackt Bei Zombie gibt's auch wieder eine Folge, gestern oder heute Äh, so, gestern oder heute halt Warte, die Map wird der ultimative Horror nach einer Weile Wenn sich hier überall die Fallen mitdrehen und so Ach, guck mal was ich da krasses ran klebe Bam! Also wer sich die Münze holt, der hat sie sich verdient Wo ist die Münze? Tschüss! Oh Ja Ja Leute, wollt ihr sich euch holen? Oh Gott! Ich hol mir die auf jeden Fall nicht, Maudado Oh Gott! Wintercracker, warum nicht? Versuch's doch Ach man Ich wollt die Münze holen Ich wollt die bei meinem Solo-Kill hier Kill? Oh Ja, er hat uns gekillt Ja, hab ich ja Guck mal, Falle, Leute Aber nur einen Och, nur Stacheldraht Ich spreng die Döde Portale hier wieder weg Ich mach hier an die Seite wieder Stacheldraht dran Stacheldraht an den Seiten-Effekt? Oh Gott! Das fährt ja gar nicht mit Tschüss! Okay, tschüss! Hol ich jetzt die Münze oder nicht? Ihr Armbruster gefällt mir Tschüss! Ja, Leute Der Wintercracker erzählt uns ab Das legen wollte ich nicht in die Metallfabrik Ich wusste es Ja, Pallen Das ist mein Element, Maudado, Metall Metall Ich nuke alles weg Hä, warum gibt's jetzt so ne Atombombe? So, fährt jetzt hier oder jemand zu nah an meine See gekommen Okay Die hat mich grad eben umgebracht Aber eigentlich war sie cool Wo kommen die Pfeile? Uh! Nein! Hä, jetzt fährt das Sägeblatt mit? Ja, bei mir ist es grad eben mitgefahren Ist wohl auch schon mitgefahren, ja Bei mir nicht Okay Wer hat's? Du oder ich? Oder du? Ich glaub ich Oh! Ister und Münze Ich werd abgehangen Gleich kriegst du Comeback Maudado Ich hab... Nee, ich hab ja... Ich hab ja einen Punkt Deswegen geht's ja nicht Oder? Gleich kriegst du Comeback Comeback So, Blume Oh ne Ich will nicht auf die Blumenplattform Hey, die fällt gar nicht mit? Bei mir fällt die auch nicht mit Aber eigentlich sollt sie doch mitfahren Achso! Sie muss einen Kleber dran Ja Ja Hey, guck mal hier vor was Oh, wir sind ja geschützt Hä? Hä? Ist das bei mir beide in der Säge reingefahren? Hä? Bei mir nicht Ach, die hat sich schon wieder nicht mitbewegt Okay Ich dachte grad, warum bleibt sie denn in der Säge stehen Die Wintercracker, wir kommen hier wieder weg Ich hab keine Ahnung Oh Ich hab's gekraft Ich auch Ohhhh Wintercracker, willst du nicht die Minze holen? Nee, nee Willst du es nicht wenigstens tryn? Bisschen Spannung reinbringen? Ach Ach Das ist ja lame, Wintercracker Auf dem Bait falle ich einfach nicht rein So ein Safe Win Ja, das war's echt Hä? Wird der Wintercracker schon gewonnen? Ja, ja Deswegen wollte er in die Metallfabrik Wintercracker Einfach, einfach seine Fabrik Ich hab nicht das Gefühl Ja, als Ingenieur weißt du, das kennt sich ja aus Ja, ja Wintercracker ist jetzt die Tür Ja, wo gehen wir heute hin? Äh, weiß ich nicht Weiß ich nicht Also ein Eisberg Windmühle haben wir noch Ich schaff's nicht Pyramide Hilfe Nochmal Tanzparty Leute Windmühle Okay, Windmühle Windmühle Da bin ich gespannt Haben wir die schon mal gemacht irgendwo? Nee Bei mir steht noch neu dran Ja, bei mir auch Trampolin Wo müssen wir hin? Och Gott Oh Mensch Okay Hä? Rette es Maudado Sonst kommt man nicht hoch Ja, nicht so Wintercracker rette es Sonst kommt man dann nicht hoch Vielleicht errechnen sie ja Ähm Da hin Los Sombay, du schaffst das Du schaffst das Warte, ich hab das Kann man allerdings die Leiter hochlettern eigentlich? Nee, ich denk nicht Oh, der hat irgendwo Oh nee, nee Ist ja furchtbar Aber man kann auch aufm Boden oder steht man da direkt? Du bist ja irgendwie gestorben scheinbar Ja, also kann man nicht aufm Boden, okay? Ja gut, dann nehm ich das Gott, nicht das Ding Ich hasse das Was ist das Ding, was dich dreht? Oder was hast du? Oh Gott, ich dachte, da kann man draufstehen Hä? Wo bin ich? Ich bin ins Loch gefallen Ja Sombay, du reichst das Benutz die Zunge Mh 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 Okay Mh Okay, man kann da rechts in das Hido reinfallen und sterben Ja Oh, okay Haben wir grad herausgefunden Hat jetzt lang gedauert, bis ich gestorben bin Okay Ohoho Nein 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 Tschüss Wintercracker Hä? Da kann man stehen? Hallo Sombay hat Hat uns geproent einfach Bist du tot? Wer ist tot? Ja Wintercracker ist scheinbar gestorben Ich bin tot, ja Aber wie? Warum hat Sombay da überlebt? Ich bin nach rechts in dem Silo an der Wand gesprungen Ich war auch nicht sicher, ob ich noch lebe Ich hab einfach nur springen gedrückt die ganze Zeit Ja Eine Tür Er wird es ver- oh cool Ich wollte sagen, das schwarze Loch kann man benutzen, um die Schüsse so zu lenken Von den Schießdingern Jaja, ist schon platziert So Die ultimative Abkürzung habe ich hier Ja Nein, nein, ich bin schwarze Loch Ach nein, 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 nicht schon wieder Bin ich tot? Nein Nein, 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 nein Oh Ich lasse das Silo Ich glaub ich bin tot Ach das dreht sich jetzt das Sägeblatt bei mir Ja, ja Ja Mir hat es sich die ganze Woche nicht gedreht Ja Oh Gott, ey, diese Klebedinger sind echt verpackt Äh, ich mach da jetzt zu Ich helfe dir mal, die Armin Wir reparieren das Silo Ja So Ich glaub das geht nur bei Sachen, die du im Nachhinein dransetzt Ne, ist witzig Okay Oh Gott Nein Huh Ich hab's Tschüss Morano Komm ich da nicht irgendwie hoch? Doch, 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 doch Doch, 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 doch Wenn das so ist, jetzt würd ich hochkommen Wuh Oh Alter, netter Sport Yes Weiter Ach man, ich bin der Underdog Ach, die Blume bringt nie was Ich, ich wünsche mir, dass die Blume jetzt was macht So Oh Was macht die alle hier Ahhhh Ahhhh Die, wir haben, wir verstehen den Short Das war doch nicht richtig Ich hab gewonnen Ich muss nur auf mein Ziel warten Hui Solo Underdog Oh 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 Gott Oh Wintercracker, wir müssen Zombie austricksen Ja Womit würde Zombie nicht rechnen Mit der Münze Nee mit dem Granden Ja ist die Münze Holt sie euch Ja, es dreht sich ja, man kann hier rankommen, ok jetzt nicht, doch kann man immer noch. Oh Gott, ist das ne Horrorkonstruktion? Nein! Nee, oder? Kommt man da ran? Doch, jetzt eine Drehung nicht weiter, jetzt kommen wir ran. Nein! Das muss ich hier nur noch raus. Nein, 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 nein. Wie soll denn das gehen? Ich find die Säge da dran so cool. Nein! Bleibt die Münze da? Ja, oder? Oder wird die resettet, ich denk die wird geresettet, oder? Ah ja, die rutscht gerade zurück. Hm. Was wird gesprengt? Ich weiß es nicht. Eigentlich war vom Schwierigkeitsgrad in Ordnung, deswegen weiß ich nicht, ob man was sprengen soll. Spreng nix. Nein, wa! Alter Wintercracker. Ist das wohl der Prank des Jahrtausends? Oh nee, kacke. Achso, ich will die Münze. Okay, Maudado schützt sie mir jetzt wegschieben. Nein! Okay. Okay, ich verdiene die Münze. Das Wasser! Tja! Okay. Hilfe! Was würde Maudado tun? Oh Gott! Das dreht sich ja nicht mit, wenn das... Oh Gott! Hilfe! Das würde Maudado tun. Richtig. Ich schaff's mit der Münze noch durch. Ich spreng wieder nix. Nein Wintercracker, bitte nicht noch schwerer die Münze. Na gut. Warte, boah ich hier. Hörst du hier auf. Oh Gott! Was war denn das für ein Prank? Ja, da hab ich der reingestellt. Ich dachte, oh, cool. Oh, da kommen wir ja gar nicht so hoch. Ach nö. Oh nee. Ach man. So. Oh Gott. Oh Gott, was ist das für eine Horrorkontrolle? Ja Wintercracker, die Münze musst du holen. Nein, ich will die nicht holen. Hast du doch, hast du doch. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Nein. Nein, du hast... Danke fürs Hochholen der Münze. Ach Wintercracker. Das war ein Teamprojekt. Lotpflanze. Mach doch deinen Job, mach wieder nicht so rum. Hallo. Ja. Ach man. Guck mal, wie die auch noch lacht, während ihr den Job nicht macht. Es werden noch zwei Fein-Kills. Aua, die Blume haut mich. Ja gut. Ja, jetzt ist es zu spät, Blume. Ha. Ja gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Zumbay vorbei, die gibt es auch. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.